Man merkt, die Vorfreude ist riesig in den letzten beiden Trainingseinheiten. Sie sind voll motiviert, hoffen auf ein volles Stadion und ja, haben alle richtig Bock. Ich arbeite hart für ihn seit der Preseason und ich bin positiv und jeden Tag versuche ich besser als Team und die Spieler als Team. Die wichtigste Sache ist, dass wir alle positiv sind und wenn wir sehen, wie wir hart in den Training und unsere Leistungen in der Liga werden, werden wir nicht beurteilen. Ich glaube, das ganze Team merkt, dass wir ziemlich eng zusammenstehen, dass der Teamsinn einfach brutal stark ist und ich glaube, das ist das, was uns vor allem im Moment auszeichnet. Es wird nicht einfach sein Spiel, aber ich glaube, dass wenn wir hart arbeiten, wie in den letzten Spiels, dann können wir die K-Puils und wir werden mit dem gewinnen. Wir gehen mit einem super Gefühl in das Spiel, einfach mit dem Selbstbewusstsein aus den letzten Spielen. Wir wollen den Schwung mitnehmen, wissen trotzdem, dass es ein brutal schwieriges Spiel wird, dass wir voll gegenhalten müssen, aggressiv sein müssen in den Zweikämpfen und ja, einfach voll da sein müssen. Wir brauchen eine Leistung, wo jeder Spieler 100 Prozent an seine Leistungsgrenze bekommt. Wir brauchen eine Leistung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020